Wir sind jetzt hier vor dem Brandenburger Tour in Berlin, sind gerade auf der Heimreise von The Voice of Germany. 2013 war es mega geile Jahr, Caro voller Erfolg bei The Voice im Halbfinale gestanden und ich hoffe, dass auch 2014 irgendwie so ein Highlight wieder dabei hat. Wir freuen uns alle für Caro und auf das nächste Jahr. Wir sehen uns beim nächsten Mal.